Herzlich Willkommen zu Smart Factory TV – News für die Fertigungsindustrie in 60 Sekunden Smart Factory TV – Powered by MPDV – News in 60 Sekunden Neues Informationsmedium für die Fertigungsindustrie Mit Smart Factory TV stellt MPDV ein neues Informationsmedium für Fertigungsunternehmen zur Verfügung. Geplant ist zunächst ein wöchentlicher Erscheinungsrhythmus der Smart Factory News in 60 Sekunden. Damit baut MPDV seine Vorreiterrolle im Umfeld der Fertigungs-IT weiter aus. Denn gerade in diesen schwierigen Zeiten sind schnelle Updates und zielgerichtete Informationen in leicht verdaulicher Form enorm wichtig, um auf dem Laufenden zu bleiben. Alle Ausgaben der Smart Factory News finden Sie zukünftig in unserem YouTube-Channel und auf unserem Blog. Besuchen Sie uns auch auf unserer Homepage unter www.mpdv.com Nachrichten Vielen Dank.